Und jetzt fick dich. Ah, jetzt kommen natürlich die von unten. Komm, guck mal her, zack, zack. Da stehen ja noch mehr. Alter, ich hab die Schnauze voll von dem Scheißlevel. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen uprage, aber das ist meiner Meinung nach echt kacke. Ich hab da echt einfach nur Bock durchzurennen. Obwohl es niemals funktionieren kann. Ja, los, komm her. Kann ich wahr. Guck euch das an, wie der da hinten rumwackt. Dass sie da noch keinen Patch rausgebracht haben. Das finde ich echt nicht fair. Nicht schön. Oh, der ist gestorben. Nein. Ach, komm. Oh ja, natürlich. Ich hab mich nur mit dem... Ach, komm, fickt euch doch alle. Ja, genau. Jetzt, wo ich... Ach, jetzt hat er keine Waffe mehr, oder was? So, nimmst du dir die Schu... Achso, die ist leer. Keine nicht. Ach, komm, die ist ja auch gleich leer. Gott, ist das zum Kotzen, ey. Ich hab's mal an, wie der sich hier rumwackt. Hallo. So, wir haben vier. Schuss. Das wird keineswegs einfach. Ich weiß nicht, ob ich das mit sechs Schuss schaffen würde. Aber hier liegt ja eh keine Schrotflinte. Ach, da oben ist ja noch eine. Oh, die sind alle noch da. Ja, gut. Es ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. So, hast du verdient. Natürlich kommt der Fettsack, der einfach zehn Meilen von mir weg ist. Der hier unten rumläuft. So, sonst noch irgendeiner? Ich muss die Waffe ausschießen. Oh, irgendwas stärker ist für den Rücken. Jawohl. So, jetzt liegt es aber an mir auch zu treffen. Das habe ich nicht getroffen. Wieso bin ich nicht... Ach, ich wollte doch... Nein. Gott, diese... Da! Warte. Nee, kann ich ja nicht zeigen, weil ich ja hier keine Maus habe, die ich hier benutzen kann. Komm rein, du Sch... Alter, guckt euch das an. Ich könnte echt kotzen. Nicht einfach kacke. Ich meine, schönes Spielelement und so, aber bitte besser umsetzen. Das ist so der größte Marke, den ich an dem Spiel hier finde. So, jetzt sind wir das scheiß Ding. Das ist dein Ernst, oder? Ja, ich habe einen erwischt. Ich frage jetzt, ob da nicht zwei waren. Natürlich, aber zwei. Ich nehme dir die Waffe, danke. Komm mit rein! Ey! Versinnbildlichung dieses... dieser Mission. Es ist zum Heulen. Da, Dankeschön. Kann echt nicht wahr sein. So, wer fehlt jetzt noch? Da oben irgendein Fett... Nee, irgendein Idiot. Hier. Ah! Gott! Bin ich jetzt erleichtert. Kann nicht wahr sein, ey. Es ist einfach nicht schön. Also, wie gesagt. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe den Vorgänger. Ich liebe alles, was es da gibt. Von Soundtrack bis hin zum Gameplay und so weiter. Aber diese Mission... ist sowas von scheiße. Wobei ich auch sagen muss, dass ich die Idee mit zwei spielbaren Charakteren... die aus einem Nahkämpfer... und einem Fernkämpfer bestehen... richtig geil finde. Die Idee an sich ist super... super cool. Nur die Umsetzung ist halt total beschissen. Gut, natürlich macht es das Spiel automatisch schwerer. Aber wenn er halt so rumbackt... und nicht genau das macht, was er... soll... dann... Ja, also ich würde sagen, bei dem Level, wenn du failst... oder... so sehe ich es jetzt, nachdem ich das jetzt schon... ein paar Mal gemacht habe. Also, ihr könnt euch vorstellen, bei meinem ersten Durchlauf, wie lange das hier gedauert hat... ähm... sehe ich das als 50-50. Also 50% eigenes Versagen, 50% Bugs von dem Typen hier. Aber gut, wir wollen ja das Spiel dadurch nicht schlecht reden. Wir gehen jetzt einfach zum Dach. Ich glaube, der Aufzug war unten. Weil wir sind jetzt quasi... durch, ja. Er bleibt stehen und geht trotzdem mit hoch. Hallo? Was ist los? Okay, wir sind jetzt aus dem Dach. Wie läuft es bei euch, Jungs? Hallo? Hört ihr mich? Jungs? Sie antworten nicht. Vielleicht ist dein Funkgerät im Marsch. Glaube ich nicht. Scheint so funktionieren. Sollen wir nach ihm sehen? Wäre wohl besser. Es! Ja, das verdient. Der ist scheiße. Nur ehrlich ist es cool. Worauf ich zum Teufel warte? Sie. Okay! Wurden die beiden über den Haufen geschossen. So. Wer mir jetzt in den Kommentaren sagt, wer die über den Haufen geschossen hat, ist nämlich gut, weil lauter Zeit sind wir fünf Minuten vom Folgenende entfernt, bekommt einen Keks. Oder ein Lob. Wie auch immer. Weil das konnte man eigentlich relativ gut erkennen, wenn man doch die Story hier jetzt verfolgt hat. Und das werdet ihr später sowieso nur noch sehen. Weil darauf zurückgegriffen wird. Ich kann euch schon mal sagen, der hier war es nicht. Hey, was machen sie hier? Wir haben alles unter Kontrolle. Ja, sieht so aus. Ab hier übernehme ich. Hey, das geht nicht. Wollen wir wetten? Na gut. Ui. Ha, Corys Kopf. Na, was haben wir denn da? Maskenträger wie? Warten. Sieh mal. Also links liegt Mark. Die Bärenmaske liegt hinten. Corys Maske lag ja im... im Gang. Und hier liegt Cori tot. Und Toni lebt wohl noch. Ein weiterer Trupp selbsternander Ordnungshüter nehme ich an. Nicht schießen. Ich ergebe mich. Ich hab's satt. Ich bin raus. Bringen wir's einfach hinter uns. Verhaften Sie mich. Ich will nicht mehr kämpfen. Oh, du willst deine 15 Minuten ruhen? Tja, das wird wohl nix. Weißt du, was mit Sträuchen wie dir passiert? Schau mal, wie hat das passiert? Kann ich die Maske mitnehmen? Ich will die Maske haben! Hm, dann halt nicht. Sind sie okay, Sir? Was ist hier drin passiert? Er ging auf mich los. Ich musste ihn ausschalten. Es ging um Leben und Tod. Ich kann die Maske auch nicht aufnehmen. Schade. Sieht aus, als wäre mein Job hier erledigt. Den Rest überlasse ich Ihnen. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, raus hier. Kann ich den Kofferraum noch aufmachen, oder komme ich da nicht hin? Kann ich nicht. Schade, schade, schade. Fourth Act. Falling. Ah, wir sind im vierten Akt. Also lange dauert's nicht mehr. Also das Spiel hat ja generell nicht so eine lange Laufzeit. 11. November 1991 in Miami, Florida. Ach, hier sind wir bei unserem Journalisten wieder. Der ja auch gerne mal andere Leute verprügelt. Oh, Essen. Guten Morgen, mein Schatz. Wollte dich nicht wecken. Hab Jimmy zur Schule gefahren und ihr Frühstück gemacht. Wir sehen uns heute Abend. Hab dich lieb. Sharon. Cool. Ab ins Freie. Sitzen wir in der Bahn. Hey, Mister. Haben Sie mal Kleingeld für mich? Ähm, klar. Bitte. Seht aus, als wollte ich... Sehe ich aus, als wollte ich dann dreckiges Geld. Wie bitte? Wir haben kaum genug Geld für die Miete. Das ist bestimmt Sharon. Die hab ich doch gerade anders. Egal. Vielleicht solltest du aufhören mit der Schreiberei. Wir haben Kinder zu ernähren. Du brauchst einen richtigen Job, Schatz. So funktioniert das einfach nicht. Sharon, was? Was geht hier vor? Ich werde dich verlassen. Und zwar mitsamt den Kindern. Das musst du nicht. Dieses Buch wird ein Erfolg. Das verspreche ich. Ich brauche nur noch etwas Zeit, okay? Zeit ist das Einzige, das du nicht hast. Vielleicht solltest du deine Prioritäten anders setzen. Was sagst du da? Ich sag dir, mich interessiert dein verdammtes Geld nicht. Was? Erst kommt er hin, fragt nach Geld und dann... Und das sieht ihm das Geld nicht. Sounds logic. Subway. Oh Gott, nein. Das ist nicht so schlimm wie gerade eben. Aber das ist auch hart. Weil wir erstmal nur mit unseren Fäusten zu kämpfen haben. Und die muss ich halt alle irgendwie einzeln auslocken. Äh, rauslocken. Das ist halt... Das ist halt das Problem. Weil die hat alle irgendwie... Will sich einer mal für mich interessieren? Dankeschön. Okay, so nicht. Ah, verdammt. So, komm her. Alle weg, jawohl. Weil ich muss ja... Den Brutalo-Level von ihm relativ hoch halten. Hier oben laufen auch noch welche rum. Oh fuck, den hatte ich ja nur niedergeschlagen. Scheiße. Jetzt hab ich mir so gedacht, okay, gut. Bevor du ihn jetzt verprügelst, war das du, bis die anderen da vorbeigelaufen sind. Ja, scheiße, was? Der steht ja wieder auf. Hallo. Oh. Okay, einen knock ich aus. Und den anderen... Oh nein. Ich will den weiter verprügeln. Ah, egal. Oh, jetzt aber bam, 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 bam. Jawohl, Jacke rausgezogen. Hat hier nicht einer eine Schusswaffe gehabt? Aber ein Messer, immerhin. Oh Gott. Oh, da war ja noch einer mit der Waffe. Das ist schön. Okay, ich muss gucken, wie ich hier vorgehe. So, komm erst mal her hier. Damit ich dich hier verprügeln kann, ohne Probleme. So, Nummer 1 haben wir. Muss ich nur noch... Noch einen da hinlocken. Den Typen? Das sollte ich hinbekommen. Okay, jetzt kommt hier noch einer. Ah. Verdammt. Oh, scheiße. Das lief anders als erwartet. Alter. Was ist jetzt los? Wow. Wieso kamen jetzt alle drei? Ich muss warten, bis alle weg sind. Los, lauf schneller, du Sack. Jawohl. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alles.